So, das ist für mich mal eine Überraschung, es ist jetzt morgens um 6.39 Uhr und ich habe hier auf 4840 Radio Nashville in Englisch natürlich, Nashville in den USA. Und da ist es, das ist wirklich eine große Entfernung. So, mal gucken wie der Kleine das empfängt. Das hier ist der kleine Sony NCF 7600D. Das hier ist der Sony NCF 7600D. Ich lasse die übrigens weiter über den Drehselector Antennetune von Jesu laufen. Auf der T7700. Oh, das hilft ganz gut gegenüber dem Steuern der Antenne und so weiter. Also es verbessert den Empfang. Jupp. Da super. Die Stunde her. Die Stunde ist sicher. Ich hab dich auf das, was wir schon mal gemacht, Kff. Das ist sicher. Ich habe mich. Das war es so lange, meanwhile. Das war es für mich. Vielen Dank.